Walter erwischt die Neun beim Drogendeal. Das glaube ich jetzt nicht, die Kampflesbe. Das Gras, alles und zwar zügig. Sie sehen nur einen Ausweg. Der Walter poliert euch die Fresse. Das ist doch ein Scheiß. Wollen wir endlich mal was reißen oder bist du auf dem Friedensnobelpreis aus? Wir müssen sie da treffen, wo es richtig wehtut. Wir nehmen uns ihre Kurze vor. Hinter Gittern, der Frauenknast. Heute ab 20.15 Uhr.